hallo und guten morgen ja hier bin wieder ich mit einem wichtigen video aus meiner sicht ich weiß auch gar nicht wie lang das werden wird und zwar geht es um die hindernisse auf dem weg zur neuen persönlichkeit ja jetzt mal kurz ob ich mich hier sehe und dann geht auch schon los weil es ist es kommt jetzt so viele sachen die ich gerne mit euch teilen möchte einerseits auch aus dem gratis training am sonntag wo ich wieder auf sachen hingewiesen worden bin auf probleme hindernisse oder aus meinen coachings es ist so wichtig dass ich muss die message rausbringen ich kann tatsächlich nicht einfach die sachen für mich behalten weil ich selber so unter mir gelitten habe weil ich selber so unter meiner eigenen persönlichkeit gelitten habe weil ich so im gefängnis der vergangenheit war und es nicht mal wusste was mit mir los ist und deswegen ist es jetzt auch wirklich meine herzenspassion mein mein wissen weiterzugeben und zu helfen aus diesem gefängnis rauszukommen weil diese ketten sind mega mega stark und wir sind häufig gar nicht bewusst was das alles mit uns macht und eine geschichte die ich mit euch noch teilen möchte ist von mir persönlich also das scheinbar hat es auch dem live coaching dem gratis training am sonntag den eindruck gemacht hast ja das alles mir so leicht fällt überhaupt nicht also das ist wirklich für mich auch ein ganz ganz schwere reise gewesen die die mir angetrieben hat mich einfach das wissen dass es möglich ist glücklich und frei zu leben dass ich nicht die sein muss als die ich geboren worden bin also ich nicht die sein muss als die ich mich immer gefühlt habe in meinem ganzen leben und ja und auf diesem weg braucht es halt wirklich diese diese krankheit diese wahnsinnigen schmerzen denen ich mich gestellt habe und ich glaube so haben wir alle irgendwann mal einen punkt den wir erreichen an dem wir sagen so jetzt reicht es entweder geht es weiter und zwar schön oder ich habe keinen bock mehr und für jeden ist dieser moment anders für jeden ist es schmerzhafter oder weniger schmerzhaft aber wir haben alle irgendwann mal die möglichkeit uns zu entscheiden und ich glaube viele die hier auch in der gruppe sehen und die mir zuhören die haben sich entweder schon entschieden oder stehen auf der kippe und sagen jetzt gebe ich alles um um da raus zu kommen und es braucht auch wirklich alles weil diese ketten dieser vergangenheit die uns immer in diesem alten seinszustand halten möchten die sind so stark wenn wir sie nicht beleuchten oder das ist wir brauchen gar nicht viel viel mehr tun als die zu beleuchten und dr joe dispenser der macht es quasi in der meditation der fühlt dich dorthin wo du sein möchtest aber das problem ist ja was machst du nach der meditation wie gehst du mit dir um wie gehst du in den tag hinein welche dinge denkst du welche überzeugungen trägst du weiter welche überzeugungen über dich selber ich rede hier nur über über dich selber trägst du weiter nach welchen überzeugungen handelst du weiter und da sind wir schon bei eigentlich im kern von meinem heutigen video und zwar einerseits sind wir alle energetische wesen und das muss uns bewusst sein wir sind alle stimmen gabeln und überall ist energie also wir sind in der meditation sind wir quasi in einem geschützten raum oder oder auch in den workshops von dr joe dispenser aber sobald wir aus diesem geschützten raum herausgehen sind wir wie eine stimmen gabel und wenn wenn da irgendeine energie uns begegnet insbesondere natürlich in anderen menschen dann heißt es dass wir uns unseres seins bewusst sein müssen wie reagieren wir auf insbesondere andere menschen auf insbesondere andere situationen und ich weiß ich habe auch mal ein video gemacht niemand ist hochsensibel man kann auch sagen jeder ist hochsensibel aber es heißt nicht dass jetzt irgendwo dieses label hochsensibel insbesondere auf eine auswahl von menschen zutrifft sondern wir sind alle energetische wesen und die einen interpretieren energie so und die anderen interpretieren energie anders und wie wir energie interpretieren das hat auch damit zu tun wie wir energie in der kindheit wahrgenommen haben oder in was für einem energetischen umfeld wir als kind aufgewachsen sind und dementsprechend interpretieren wir eine gewisse energie bei menschen entweder als sicher oder als gefährlich und das muss aber letztendlich gar nichts mit der intention des menschen einem selbst gegenüber zu tun haben aber wir sind eben auch so programmiert oder gepolt dass wir eigentlich letztendlich in einem universum von ursache und wirkung leben und meinen dass die ursache bei uns liegt dass eine bestimmte wirkung entstanden ist aber diese ursache liegt nie bei uns sondern es ist so es ist energie da es ist eine wirkung da sozusagen und wir interpretieren aus unserer perspektive diese energie damit es nicht zu kompliziert wird wie soll ich mir das vorstellen okay du begegnest irgendeinem menschen dem da der ist meistens das ist auch wieder etwas ganz ganz wichtiges das uns bewusst sein muss die meisten menschen haben ein problem mit ihr selbstwert oder fühlen sich nicht in ordnung fühlen sich wirklich auf irgendeine art und weise nicht gut genug und versuchen das zu verstecken auf welche art und weise auch immer jetzt sagen wir du begegnest einem menschen bei dem ist dieses diese energie oder ich bin nicht gut genug total stark ja und diese energie ist meistens abgedeckt durch irgendwelche verhaltensweisen also dass das er vielleicht grob ist oder ärgerlich ist oder was auch häufig der fall ist dass er irgendwelche phobien das ist jetzt vielleicht hart ausgedrückt oder zwanghafte verhaltensweisen hat dass irgendetwas immer so sein muss oder dass er etwas ganz auf eine bestimmte art und weise haben möchte und unter solchen verhaltensweisen spürst du ganz oft diese energie dass dieser mensch sich schlecht fühlt oder nicht gut genug fühlt oder nicht in ordnung fühlt und wenn du dich auf diese energie eintunst weil du selber mit dir eben noch nicht dort auf dem punkt bist wo du sagst mir ist alles in ordnung ich bin großartig es hat nichts auf dieser welt nichts kein elend oder kein leiden auf dieser welt oder keine unzufriedenheit auf dieser welt mit mir zu tun wenn du irgendwie an diesem punkt noch nicht bist und dich irgendwo eben doch verantwortlich fühlst oder als ursächlich fühlst wenn du in beziehung mit einem menschen stehst ursächlich fühlst dich für dessen empfinden ja wie der sich fühlt oder und jetzt gehst du dorthin und bist in resonanz mit einem gefühl wo du merkst ja der fühlt sich der fühlt sich nicht gut genug der fühlt sich kritisiert er fühlt sich schlecht er fühlt sich einfach nicht in ordnung versucht das ganze abzudecken aber das kapierst du nicht sondern du kriegst einfach eine höhere dosis eine verstärkung deines gefühles oh mein gott irgendwas ist mit mir nicht in ordnung weil du mit diesem gefühl in resonanz stehst und dann fühlst du dich einfach in einer gewissen gesellschaft von menschen quasi verstärkt in deinem eigenen gefühl dass du dich nicht gut genug fühlst und das führt dann letztendlich dazu dass du ja vielleicht auch aggressiv wirst dass du wütend wirst dass du dass du dich unwohl fühlst aber dein verstand der kapiert das alles gar nicht oder weil das funktioniert auf energetischer ebene und dann hast du das gefühl der stößt mich ab oder mit dem will ich nicht zusammen sein oder das ist ein komischer mensch oder irgendwo hast du das gefühl dass diese energien für dich unangenehm sind und das kapiert du aber nicht im kopf in der logik du du spürst nur und du möchtest diese energie quasi wie weg haben du möchtest diese energie irgendwie in dem anderen quasi transformieren auf eine art und weise oder indem du mit dem redest oder indem du dich auf eine gewisse art und weise verhältst oder indem du auf dem seine verhaltensweisen einsteigst und letztendlich heißt es aber nur dass du mit einer energie dich verbunden hast die sich nicht gut anfühlt für dich und das einzige was zu tun ist es ist eben keine handlung zu tun um das ganze zu bereinigen oder oder dich gut oder besser zu fühlen sondern das einzige was zu tun ist das zu erkennen und zu wissen dass du freien willen hast das heißt im freien willen mit was für eine energie du dich verbindest und dann kannst du dich eben wirklich gut fühlen auch in der gesellschaft von leuten die sich nicht gut fühlen aber wenn du dir das dessen nicht bewusst bist dann wirst du immer wieder quasi wie von einem zog einen energetischen zog der mit dir resoniert in eine gefühlswelt in eine atmosphäre reingezogen wo du irgendwie dich minderwertig und schlecht und und nicht gut genug fühlst und irgendwas ist in ordnung nicht und dich vielleicht sogar beschämt fühlst oder all diese niedrigen gefühle und es liegt nur daran dass du in diese energie quasi reingegangen bist noch verstärkend reingegangen ist wenn du aber jetzt anfängst bei dir selber diese diese dinge zu verstehen wie sie funktionieren und dich selber energetisch so herzustellen so zu programmieren so einzuschwingen dass du weißt dass nichts im außen irgendetwas mit dir und deiner befindlichkeit zu tun hat dass nichts im außen dich bedrohen kann dich beschämen kann ich minder machen kann sondern dass du per se im großartig und perfekt bist so wie ich immer sage dann hast du etwas verstanden und zwar dass du nicht mehr im außen reagieren muss dass es gar nicht darum geht im außen irgendwas zu machen zu verändern sondern dass es einzig und allein darum geht zu schauen welchen geschwindungsmäßigen standpunkt möchte ich für mich haben dich in diese schwingung hereinbringst und dann so durch die welt gehst und so durch den tag gehst und das braucht eben riesige überwindung und immer wieder sich einzutunen oder wie eine stimmgabel wenn die stimmgabel zu sehr in resonanz mit einem anderen ton geht dann ist sie halt in verbindung mit diesem anderen tun das heißt du musst dich immer wieder zurück stimmen zurück stimmen zu dir in deine grund schwingung wenn du durch den tag ist so dass du nicht in den sog dieses kollektiven bewusstseins oder dieses kollektiven gefühls wir müssen besser höher weiter mehr damit wir endlich gut und richtig sind sondern in diesem bewusstsein noch den tag ist ich bin gut und richtig was immer auch passiert dann bist du eigentlich befreit davon dieser spielball der energien zu sein und die menschen sind nun mal energien jeder ist eine energetische stimmgabel die da rumläuft und du kannst schauen wo willst du dich eintunen oder wo nicht und das ist noch etwas ganz wichtiges jeder hat ja seinen grundton seine göttliche grundschwingung sein göttliches sein schwingt ja in der höchsten energie nur wenn diese diese schnelle schwingung verlangsamt wird durch sorgen durch ängste durch ja doch das gefühl auch nicht gut genug zu sein und all diese diese scham schmach schande und so weiter kannst du dir vorstellen deine grundschwingung verlangsamt sich verlangsamt sich verlangsamt sich irgendwann bist du auf ganz tiefer schwingungsebene und dann läufst du halt so rum und begegnest genau diesen energien wieder aber diese hohe schwingung die wäre eigentlich wenn wenn sie nicht verlangsamt wäre durch diese ganzen vorstellungen gedanken und und sorgen wäre eigentlich in jedem menschen da in jedem menschen wenn du ihn als energiebündel siehst und dieses energiebündel kannst du quasi auch durch seine verlangsamte schwingung hindurch dort erreichen wo seine göttliche schwingung ist in seinem göttlichen kern wenn du mit jemandem zu tun hast der sich schlecht fühlt dann kannst du überlegen auf welche ebene seines seins du dich verbinden möchtest oder ob du dich auf dieser göttlichen ebene man kann auch sagen auf dieser herz zu herz ebene mit dieser person verbinden möchtest oder ob du halt gerade so viel aktive sorgen schwingung hast oder nicht gut genug seins schwingung hast und dich auf dieser schwingung mit diesem menschen verbindet aber das ist jedes mal deine entscheidung du entscheidest immer frisch welchen energetischen zustand du hast und welchen energetischen zustand du verstärken möchtest also es kann dir eigentlich niemand von außen was aufoktroyieren wenn du diese disziplin hast wenn du diese klarheit hast und wenn du diesen fokus zu dir selber hast und dann bist du im prinzip geschützt oder die spirituellen dinge machen kennt ihr ja vielleicht alle ja schutz aufbauen und so weiter und so fort aber dieser schutz wenn du den nicht innerlich für dich festigst deine eigene schwingung dann ist er mit 0,0 so ich bin geschützt und dann gehst du rum und dann gehst du und unterhältst dich mit jemandem der total aufgeregt ist ärgerlich weil er sich über seine frau geärgert hat oder was auch immer du verbindest dich damit ist dein schutz schon wieder im eimer also das muss dir bewusst sein dass du dich immer wieder zurück kalibrieren musst in deinen urzustand in dein gefühl das du haben möchtest durch den ganzen tag und deswegen ist halt das umfeld es ist wirklich schwierig sich in gewissen umfeldern eben gut zu fühlen und deswegen ist es halt oft manchmal nicht zu vermeiden gewisse umfelder nicht mehr zu begehen oder nicht mehr zu haben oder nicht mehr als sein umfeld zu wählen wenn du damit nicht zurecht kommst aber das heißt nicht dass du irgendwie nicht liebenswert bist oder egoistisch oder was weiß ich nicht was sondern du bist halt ein energetischer oder schwingungsmäßiger snob wie das diester hicks immer so schön sagt und dann möchtest du halt nicht die ganze zeit gegen andere schwingungen anschwingen sondern möchtest halt auch mal dich wohlfühlen und entspannt fühlen deswegen ist es ja so toll wenn man mit so menschen zusammenkommt wie in den retreats von dr jody spencer weil dann die gesamtschwingung ja schon durch den retreat selber so hoch ist dass eigentlich jeder mensch angenehm ist dass du eigentlich mit jedem menschen dich wohlfühlst und mit jedem menschen ein tolles zusammen sein hast was halt in der normalen welt nicht so ist weil die leute halt nicht auf ihre schwingung und auf ihren zustand generell achten aber je mehr menschen das eben beachten und das tun desto wohler fühlen wir uns in unserem kollektiv desto schöner ist es auch mit anderen menschen zusammen zu sein weil sie sich einfach viel viel besser anfühlen und für mich war das halt eine riesengroße wichtige erkenntnis weil ich weil ich nie verstanden habe was mit mir passiert wenn ich wenn ich mit so einem menschen zusammen bin weil ich habe irgendwo diese gabe die mir jetzt im coaching natürlich wahnsinnig hilft einen menschen zu scannen und zu wissen was der denkt und fühlt zu wissen was in dem vorgeht aber ich habe halt früher immer gedacht das hat was mit mir zu tun oder diese angst oder dieses gefühl nicht gut genug zu sein das in ihm war habe ich immer zu mir zurückgenommen und habe gedacht ich bin nicht gut genug ich bin die ursache für dieses nicht gut genug gefühl dabei war ja dieses nicht gut genug gefühl in dieser anderen person aber ich habe es immer zu mir genommen und habe gedacht oh ich bin nicht gut genug weil das ist ja dieses gefühl und ich habe das so geschiffriert als hätte das tatsächlich was mit mir zu tun und dementsprechend habe ich auch natürlich reagiert oder und das ist natürlich eine krux die muss man durchschauen was da passiert mit einem und jetzt wo ich das weiß dass die gefühle und die gefühlszustände und das was andere leute denken nichts mit mir zu tun hat wirklich nichts mit mir zu tun hat fühle ich mich auch gut oder fühle habe ich nicht mehr immer die ganze zeit wenn ich mit einem menschen in kontakt habe immer so das oh mein gott was kann ich anders machen und hilfe und wie kann ich besser werden und wie kann ich die fehler aussetzen sondern ich weiß wie der hase läuft ich weiß um was es hier geht und damit kann ich eben auch in meinen coaching super helfen weil ich weiß es geht in der anderen person vor ich kann ich kann genau erkennen welche denkmuster da blockiert werden welche vorstellungen welche erinnerungen sogar in dieser person da kann ich weiß ich ganz genau was da läuft und was der hintergrund davon ist und somit kann ich dinge ans licht bringen und helfen sachen zu verstehen und jetzt ist es cool oder jetzt ist es ein geschenk und jetzt weiß ich wie damit umzugehen und dieses geschenk haben wir alle und wenn ihr das mal für euch reflektiert wie ihr seid mit anderen und was andere und die befindlichkeit von anderen mit euch macht und wie viel das tatsächlich letztendlich mit euch selber zu tun hat dann erkennt ihr wo da diese hindernisse sind wirklich die andere person zu werden die ihr sein wollt weil er hat diesen mechanismus noch nicht durchbrochen hat auf das was im außen energetisch schwingt zu reagieren und zu meinen dass es etwas mit euch zu tun hat und in dem moment in dem das klar ist und dich davon befreien kannst kannst du eben wirklich fröhlich und freudig und mit dir in einem ganz guten in einer ganz guten beziehung mit dir selber durchs leben laufen und lässt dich überhaupt nicht mehr groß beuteln von dem was da draußen passiert und bist eben damit der leuchtturm und das ist etwas was ich hoffentlich klar und deutlich rüber gebracht habe und das sind halt so diese diese schichten der erkenntnis und der klarheit die wir auf diesem weg zu uns selber und in unsere neue persönlichkeit es ist ja eigentlich keine neue persönlichkeit die wir suchen sondern es ist ja unsere wahre persönlichkeit es ist ja unsere unsere göttliche persönlichkeit die wir sind wenn wir eben all diesen quatsch ablegen in denen wir hier durch energien gefangen sind und es ist ja nicht eine neue persönlichkeit sondern es ist einfach die reine persönlichkeit ohne bullshit und die warst du ja schon immer du schälst dich ja einfach nur ab und wenn du das erkennst dann ist der weg viel viel leichter und du fühlst dich nicht mehr verantwortlich für die gefühle anderer und du weißt es ist nicht unbedingt dass es eigentlich nie etwas mit dir zu tun hat außer du bist böswillig oder und das gehe ich nicht davon aus dass irgendwie böswillig ist weil wir reagieren ja immer nur wenn wir nicht bewusst sind und ja das ist noch ein ganz wichtiges geheimnis und das ist auch etwas wo man ganz fest üben muss und wo man vielleicht auch selber nicht dahinter kommt auf was man noch resoniert oder auf was welche resonanz man sich holt im außen und wenn man deshalb versteht dann wird es leichter und leichter und hat dann letztendlich wirklich diese sachen kann sie hinter sich lassen und ja so so sachen schauen wir an in mykonos es wäre für euch die die lust haben wirklich da tiefer rein zu gehen eine tolle gelegenheit einfach als startschuss und zu sagen ja ich gehe jetzt dahin nach mykonos und ich gehe als neue persönlichkeit fliege ich nach hause und ich weiß weiß wirklich wer ich bin und ich weiß was mit was mit mir zu tun hat und ich weiß auch was mit mir nichts tun hat ich weiß wo ich einfluss nehmen kann und wo auch nicht und dann wird das leben echt lustig und fröhlich und wir sind alle 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 aus meiner sicht hier die wir auf diesem weg sind alle die ihr hier zuhört wir haben den auftrag diesen ganzen kladderadatsch der von generation zu generation weitergegeben wird wo wir glauben das gehört zu uns wir sind einfach dazu da das zu lösen und das ist unsere aufgabe wirklich ich glaube niemand hier der mir jetzt zuhört hat diese aufgabe nicht gefasst weil es ist so lange weiter getragen worden und es ist auch alles dieser der grund allen elends das wir hier sehen der kriege das streitereien diese unsäglichen leiderei auf dieser welt weil dieses leiden in uns selber in der menschheit selber eben noch nicht beseitigt werden konnte weil das noch nicht verstanden haben und wenn wir das verstehen wer wir sind und woher aber dieses elend kommt das nichts mit uns zu tun hat dann wird eben dieses kollektiv in dem wir leben wird so viel leichter und so viel schöner und ich glaube tatsächlich für alle die auch schon an dem dr jodie spencer retreat waren und dieses gefühl und die energie kennen dass unser leben ein retreat sein kann dass wenn wir in supermarkt gehen dass wir uns wirklich dort so fühlen als seien wir auf einem dr jodie spencer retreat weil jeder ist lustig jeder freut sich seines lebens und wir freuen uns in den supermarkt zu gehen und die menschen dort zu treffen wie geil wäre denn das das ist meine vision also ich wünsche euch einen ganz tollen tag tschau tschau zusammen